Der Herr sei mit euch. Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Ich grüße Sie alle ganz herzlich an dem vierten Ostersonntag mit dem Tagesspruch aus dem Johannes-Evangelium 10. Ich bin der gute Hirte und kenne die meinen und die meinen kennen mich. Heut des Eingangsliedes 251, 1-3. Herz und Herz vereint. Herz und Herz vereint zusammen. Herz und Herz vereint. Herz und Herz vereint. Kommt doch, kommt ihr Gnade in Kinder und erneuert euren Mund. Schwere tunze, liebe Winde, lieb und treu aus Herzensgrund. Und wenn eurer Liebeskette festig kalt und stärker fällt, O so flehet um die Wetter, bis sie Jesus wieder stellt. Legt es unter euch, ihr Gnade, auf so treues Leben anein. Dass ein jeder für die Brüder auf das Leben passen kann. So hat uns der Freund geliebt. So hat uns der Freund geliebt, so vergrusselt Gott sein Blut. Denkt doch, wie er so betrübt, er euch selbst ein Blut. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe stehe im Namen des Herrn. Lasst uns in der Stille beten. Umkehr zu Gott bedeutet heute die Verpflichtung, einen Weg zu suchen und in einer Gemeinschaft. Die sich bewusst ist, dass sie der ständigen Vergebung und Erneuerung bedarf und die Gott für seine Liebe und für seine Gaben gemeinsam lobt und preist. Verberg dein Angesicht vor unseren Sünden und tilge alle unsere Schuld. Schaffe in uns reine Herzen und gib uns deinen beständigen Geist. Liebe Brüder und Schwestern, auf solch euer Bekenntnis verkündige ich euch die Gnade Gottes und spreche euch anstatt und auf Befehl meines Herrn Jesus Christus die Vergebung aller eurer Sünden zu. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Psalm 23, zusammen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Sieler. Er führt mich auf rechte Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gottes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da, und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Amen. Kyrie eleison Christi eleison Kyrie eleison Er sei Gott in der Höhe Und auch werden sie Die Menschen ein Volk gewahlen Allein Gott in der Höhe sei er Und dann für seine Gnade Darum warst du und immer mehr Uns rühren kann kein Schaden Ein Wohlgefang, Gott an uns hat Nun ist großfried und unterlass Und Feind hat nun ein Ende Der Herr sei mit euch Lasst uns beten Guter Hirte, dein Stärken und Stab trosten uns In deiner Gegenwart feiern wir das Fest des Lebens Leite uns auf den Wegen und Umwegen unseres Lebens Behüte uns in Gefahr und Anfechtung Sei mit uns in den Glücksmomenten Wenn wir dankbar deinen Namen preisen Erhalte uns im Glauben, dass wir bleiben in deinem Haus immer da Amen Heute das erste Lesung kommt aus Apostelgeschichte 9 In Joppa war eine Jüngerin mit Namen Tabitha Das heißt übersetzt Re Die tat viele gute Werke und gab reichlich Almosen Es begab sich aber zu der Zeit, dass sie krank wurde und starb Das wünschen sie, sie und legten sie in das Obergemach Weil aber Lieder nahe bei Joppa ist Sandten die Jünger, als sie hörten, dass Petrus dort war Zwei Männer zu ihm und baten ihn Säume nicht zu uns zu kommen Petrus aber stand auf und ging mit ihnen Und als er hingekommen war, führten sie ihn hinauf in das Obergemach Und es traten alle Witwer zu ihm Weinten und zeigten ihm die Rücke und Kleider, die Tabitha gemacht hatte Als sie noch bei ihnen war Und als Petrus sie all hinausgetrieben hatte Kniete er nieder Betete und wandte sich Wandte sich zu dem Leichnam Und sprach Tabitha, steh auf Und sie schlug ihre Augen auf Und als sie Petrus sah Setzte sie sich auf Er aber gab ihr die Hand Die Hand und ließ sie aufstehen Und rief die Heiligen und die Witwen Und stellte sie lebendig vor sie Und das wurde in ganz Europa bekannt Und viele kamen zu glauben an den Herrn Und es geschah, dass Petrus lange Zeit in Europa blieb Bei einem Simon, der ein Geber war Das Wort Gottes, Amen Heute zweite Lesung kommt aus Offenbarung 7 Danach sah ich und siehe eine große Schar Die niemand sehlen könnte Aus allen Nationen und Stämen und Völkern und Sprachen Die standen vor dem Thron und vor dem Lamm Angetan mit weisen Kleidern und mit Palmzweigen in ihren Händen Und riefen mit großer Stimme Das Heil ist bei dem, der auf dem Thron sitzt Und zum Gott und dem Lamm Und alle Engel standen rings um den Thron Und um die Ältesten und um die Viergestalten Und fielen nieder vor dem Thron auf ihr angesickt Und beteten Gott an und sprachen Amen Lob und Ehre und Weisheit und Dank und Preis und Kraft und Stärke Sei unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit Amen Und einer der Ältesten fing an und sprach zu mir Wer sind diese, die mit den weißen Kleidern angetan sind Und woher sind sie gekommen? Und ich sprach zu ihm Mein Herr, du weißt es Und er sprach zu mir Diese sind's, die gekommen sind aus der großen Trübsal Und haben ihre Kleider gewaschen Und haben ihre Kleider hell gemacht im Blut des Lammes Darum sind sie vor dem Thron Gottes Und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel Und der auf dem Thron sitzt Wird über ihnen wohnen Sie werden nicht mehr hungern Noch dürsten Es wird auch nicht auf ihnen lasten Die Sonne oder irgendeine Hitze Denn das Lamm mitten auf dem Thron wird Sie weiden Und leiten zu den Quellen Des lebendigen Wassers Und Gott wird abwischen Aller Tränen von ihren Augen Dein Wort ist mein Meine Füße ist leicht leuchter Und ein Licht auf meinem Wege Halleluja 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 Heute das Evangelium kommt aus Johannes 10 Es war damals das Fest der Tempelweihe in Jerusalem Und es war Winter Und Jesus ging umher im Tempel in der Halle Salamos Da umringten ihn die Juden und sprach zu ihm Wie lange hältst du uns im Ungewissen? Bist du der Christus, so sage es frei heraus Jesus antwortete ihnen Ich habe es euch gesagt Und ihr glaubt nicht Die Werke, die ich türe In meines Vaters Namen Die zeugen von mir Aber ihr glaubt nicht Denn ihr seid nicht von meinem Schafen Meine Schafe hören meine Stimme Und ich kenne sie Und sie folgen mir Und ich gebe ihnen das ewige Leben Und sie werden nie mehr mehr umkommen Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen Mein Vater, der mehr sie gegeben hat Ist größer als alles Und niemand kann sie aus des Vaters Hand reißen Und ich und der Vater sind eins Das Evangelium Christi Wir bekennen das nizinisches Glaubensbekenntnis zusammen Wir glauben an den einen Gott Den Vater, den Allmächtigen Der alles geschaffen hat Himmel und Erde Die sichtbare und die unsichtbare Welt Und an den einen Herrn Jesus Christus Gottes eingeborgenen Sohn Aus dem Vater geboren vor aller Zeit Gott von Gott Licht vom Licht Wahrer Gott vom wahren Gott Gezeugt, nicht geschaffen Eines Wesens mit dem Vater Durch ihn ist alles geschaffen Für uns Menschen und zu uns zum Heil Ist er vom Himmel gekommen Hat Fleisch angenommen Durch den Heiligen Geist Von der Jungfrau Maria Und ist Mensch geworden Er wurde für uns gekreuzigt Unter Pontius Pilatus Hat gelitten und ist begraben worden Ist am dritten Tage auferstanden Nach der Schrift Und aufgefahren in den Himmel Er sitzt zu Rechten des Vaters Und wir wiederkommen in Herrlichkeit Zu richten die Lebenden und die Toten Seine Herrschaft wird kein Ende sein Wir glauben an den Heiligen Geist Der Herr ist und lebendig macht Der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht Der mit dem Vater und dem Sohn angebetet Und verherrlicht wird Der gesprochen hat durch die Propheten Und die einer heiliger, allgemeiner Und apostolischer Kirche Wir bekennen die einer Taufer Zur Vergebung der Sünden Wir erwarten die Auferstehung der Toten Und das Leben der kommenden Welt Amen Heute das nächste Liede 345 1 bis 3 Auf meinen lieben Gott Und das Leben der Chris Und das Leben der Frohstehung der Toten Und das Leben der Schrift Aus Trübsal, Angst und Erden, mein Unglück im Endeffekt, steht das in seinen Händen. Ob mich mein Sünder schreckt, will ich versagen nicht, auf Christus will ich auch und immer mein Vertrauen. In Trübsal, Angst und Erden, mein Unglück im Endeffekt, steht das in seinen Händen. Gnade sei mit euch in Friede von Gott und dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. I think you probably realize this by now, but just in case you don't, the Bible passages that we read every Sunday are not chosen by me. They are part of a series of lessons, a three-year cycle of lessons, that the church around the world read together on the same Sundays of the year. That means usually the lessons that we read, you hear them only once every three years. But there are some exceptions, and there are some good reasons that this system works well. First of all, it gives us preachers a helpful guide every Sunday for where to preach from the Bible. It's a big book, so we have readings before us every week to begin our preparation. Secondly, though, it ensures that over three years, you, the people in the pews, will hear most of the main stories and themes in the Bible. And the third reason this is a good method is that it prevents us preachers from repeating ourselves over and over again and forces us to look at more challenging Scripture readings throughout the three years. However, there are some exceptions to the rule. There are a few Sundays in the year where we hear the same gospel every single year. One of those Sundays was last Sunday when we heard about Thomas. We hear about Thomas every single year, the second Sunday after Easter. And today is another one of those Sundays which we call Good Shepherd Sunday because every year on the fourth Sunday after Easter, the readings present us with the image of Jesus as the Good Shepherd and God as the Good Shepherd. It seems that once every three years is not good enough to hear about the Good Shepherd. So we listen every year to these readings, and I as a pastor am called to reflect with you about what it means that God and Christ come to us as Good Shepherds. It's a beloved image of God, the picture of the Good Shepherd. It's so valuable, so necessary, I guess, that we need to hear about the Good Shepherd every chance we get. So every year we need to be reminded of it, think about it, reflect upon it, and hear a sermon about it. And of course, in many churches like our own, we even have art in our walls that depict the picture of the Good Shepherd. This morning I want to reflect with you on the two most beloved pictures of the Good Shepherd that we have. The first is the psalm for today, Psalm 23, beginning with Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. And then three portions from our Gospel, from John 10. Ich bin der gute Hirte, meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie und sie folgen mir, und ich gebe ihnen das ewige Leben. So we begin again. Der Herr ist meine, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. These words are the beginning of the most well-known and well-loved psalm, and perhaps one of the most familiar and cordial parts of the whole Bible, Psalm 23. I know for certain that this psalm is the part of the Bible that I have read most often in my ministry and in the most various places in my 36 years of working in ministry. So today we ask, what is it about this old ancient psalm that still speaks to us today? Almost always, as a pastor, I tend to read this psalm in times of need, perhaps at a hospital bedside, or before someone is facing serious surgery, and of course, as you all know, at funeral services. Many, many times the first scripture passage, or the passage that somebody has hidden in their Bible, or marked in their Bible, is this. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Or when I pray for someone, or with someone in need, so often the image of the Good Shepherd is the place where I turn to offer comfort, peace, and consolation in times of suffering, loneliness, and fear. And there is good reason for this, because right from the beginning, Psalm 23 describes the shepherd as the one who does his job well. First, the shepherd provides the basics that every shepherd should. This is the basic job description of even the most average shepherd. Give the sheep what they need to feel safe. Give them enough to eat and drink. Help them to be satisfied and unstressed. These are the basics of shepherding. But our shepherd is more than just basic or average. Our shepherd is the good shepherd, which means it is not only the basics of food, water, shelter that is provided. The real test of a good shepherd is his presence and strength in the darkest time, in the most difficult times. How far will the shepherd go for the sheep? What will the shepherd risk? What will the shepherd give up for the sheep? And as Jesus points out elsewhere in John's Gospel, this is the difference between a hired hand and a shepherd. A hired hand is not invested in the sheep. All the hired hand is concerned about is a paycheck. So when danger comes, the hired hand is quick to run away, to abandon the sheep, concerned only for his well-being. But in the most darkest and most dangerous times, what does the good shepherd do? God, the good shepherd, does not walk away from our darkness, our pain, our suffering, our trials. Yes, we may have plenty of questions and doubts about why things happen to us in this life. And the words of Psalm 23 certainly don't deny the dark valleys that we must travel in this life. Neither does Psalm 23 promise that life for the sheep will be without struggles and challenges. The promise of the psalm is this. In the darkness, in our pain, in our fear, here we are not alone. We have a shepherd who is good, which means we will not be left to wander alone throughout the darkness because the good shepherd will lead us through. Like all of us, Jesus loved the picture of God as the good shepherd and he used it often. And then particularly in the beautiful words of today's Gospel in John, Jesus takes the name good shepherd and puts it on himself. Ich bin der Güte Hirte und kenne die meinen und bin bekannt den meinen. Und ich lasse mein Leben für die Schafe und ich lasse mein Leben für die Schafe. See how precious you are, dear sheep? I pray that whenever you look at this cross, you will see and know the answer to that question. How precious are you? How good is Jesus your shepherd? I pray that whenever you look at this cross, you will see and know the answer to that question. And I pray, looking at the cross, seeing there how good Jesus your shepherd is, seeing how very, very precious you are, beloved lambs, you will then be able to hear your good shepherd's call to you this day. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Hear his voice calling today in the word. Hear his voice calling you in the bread and the wine that you will soon receive. Hear his voice calling with the words, Follow me. This is not an easy call. It is not a call to take lightly. The road ahead is always uncertain. The valleys may be very deep still. The darkness always threatens to swallow us. Yet still, dear lambs, follow. Dear lambs, follow. For one thing we know, the shepherd who calls you is good. The shepherd who loved and died and rose for you is good. The shepherd alone knows your future and he promises to lead you there. For he not only knows your future, he is your future. Und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Jesus sagt, ich bin der Güterhirter. Gott sei Lob und Dank. Amen. Heute's Predigslied ist 300 Reihen von Sigt 1 bis 4. Amen. 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 Jesuszuinde heye CAREWN ZANG EN MUZIEK 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 Lasst uns beten. Gott des Lebens, du wächst neue Hoffnung und hast in Christus aller Welt gezeigt, dass deine Liebe stärker ist als Tod und Hoffnungslosigkeit. Du hast dem Leben zum Recht verholfen. Darum kommen wir zu dir mit allem, was uns bewegt. Gott, du bist der gute Hirte. Beide deine Kirche in deiner Gnade. Lass sie ein Ort sein, an dem Menschen deine Liebe erfahren und in der Gemeinschaft erfahren, dass sie behütet sind. Wir rufen zu dir, Herr erbarme dich. Gott, du bist der gute Hirte. Sei mit allen Menschen auf der Flucht, mit denen, die verloren und zwischen allen stühlen. Sei mit denen, die Verantwortung tragen in Regierungen und Hilfsorganisationen und segne alle Bemühungen, die Not zu lindern. Wir beten heute für Friede in der Ukraine. Wir rufen zu dir, Herr erbarme dich. Gott, du bist der gute Hirte. Wir bitten dich für Kinder und Jugendliche, dass sie lernen, liebevoll zu leben und erfahren, dass sie selbst geliebt sind. Wir bitten dich für Eltern und Lehrer, dass sie mit Zorgfalt und Achtsamkeit die ihnen anvertrauten Kinder begleiten. Wir beten für unsere Kranken, Ben Bablitz und Elsa Penchek. Wir rufen zu dir. Und wir bitten dich für deine Kirche hier in Edmonton. Lass sie ein Ort sein und werden, an dem Menschen zu Flucht finden, in den Ängsten und Herausforderungen des Lebens. Lass sie ein Ort sein und werden, wo Menschen die Freuden und das Glück miteinander teilen. Gott, du lässt die Hoffnung niemals verloren gehen. Nimm dich unserer Bitten an, nach deiner Güter und bewahre uns in deiner Liebe durch Jesus Christus, der mit dir und dem Heiligen Geist leben, schenkt in Ewigkeit. Amen. 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 Lasset uns Dank sagen dem Herrn und seinem Gute. Wahrhaftig wird es und recht, dass wir dich, ewiger Gott, immer und überall loben und dir danken, durch uns zum Herrn Jesus Christus. Ihn hast du der Welt zum Heil gesandt, durch seinen Tod haben wir Vergebung der Sünde und durch sein Auferstehen das Leben. Mit den Engeln vereinen wir uns zuerstimmen und bekennen ohne Ende. Heilig, 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 heilig ist Gott der Herr, und der ist die Welt zum Heil gesandt. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reichkommer, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schulden gern. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlose uns von dem Bösen. Dann ist das Reich und die Kraft und die Ehrlichkeit in Ehrlichkeit. Amen. Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und gab's seinen Jüngern und sprach, Nehmt hin und esst, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, der für euch gegeben. Solches tut zu meinem Gedecknis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl, dankte und gab ihnen denen Sprach, Nehmt hin und trinket alle daraus. Dieser Kelch ist das neue Testament in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut so oft ihr trinket zu meinem Gedecknis. Christus, der euch gegrossert. Christus, der euch gegrossert. Christus, der euch gegrossert. Kommt, es ist alles bereit. Seht, wie freundlich der Herr ist. Lasst uns beten. Lieber Gott, an deinem Tisch haben wir erlebt, wie gut du so uns bist. Hab Dank dafür. Bleibe alle Tage bei uns. Dir sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen. Sitzen Sie sich bitte. Herzlich willkommen und froher Mutters Tag. Happy Mother's Day, everyone. We have flowers available as a small gift for all the women today. Please take them on the way home. And we have a coffee set up for our service today. But Rose has told us that we'd be more than happy to serve coffee. If you'd like to stay for coffee this morning and do a little bit of visiting, please feel free to stay and join us for coffee this morning. We're happy to do that as well. So, and if you'd like to just spend the morning with us, you can have coffee and come back and welcome our Danish people, our Danish friends, and then stay for coffee again. But that's completely up to you. I think that's all the announcements I have to make. Heute's Ausgangslied is 300, 91, 1 bis 4. Stehen Sie sich bitte. Stehen Sie sich voran, auf der Lebensbahn. Stehen Sie sich voran, auf der Lebensbahn. Niemals überlassen Klage, denn durch Trübsal her geht er weg zu dir. Amen. Christus ist aufgestanden. Geht hin in den Frieden des Herrn.